Einen wunderschönen guten Morgen heute aus dem Hafen von Oranjestad auf Aruba. Wir starten rein in unsere Landgänge, in unsere Erkundungstouren und zwar heute eben auf Aruba und da nehmen wir euch mit an den Strand, an den Eagle Beach und am Nachmittag dann noch in die Innenstadt von Oranjestad, die mit ihrem holländischen Einfluss, mit ihrer holländischen Prägung sicherlich einiges für euch ergibt. Ganz viel Spaß mit dem Video und wir starten rein mit dem Intro. Bis zum nächsten Mal. 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 Also ist alles gut fußläufig erreichbar, also einfach mal ausprobieren, an Land gehen und dieses schöne Städtchen Oraniestad genießen. Für uns geht es jetzt dann wieder an Bord, Abendessen, dann lassen wir den Abend noch genüsslich ausklinken und damit verabschiede ich mich auch schon von Aruba. Morgen geht's nach Curaçao, da melden wir uns mit dem nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.